Hallo Leute, es geht weiter mit Beat by the Tale of the Guardians. Wir sind im letzten Level, Level 6. The Temple, glaube ich, hieß es. Und ja, jetzt muss ich hier mal weiterkommen aus unserem Kreisi. Ah, ich kann die Barriere da oben ja jetzt mal kaputt machen. Obwohl ich nicht so richtig weiß, ob ich vom Winkel das hier überhaupt kann gerade. Vielleicht sollte ich den einfach nochmal drehen. Guck mal, jetzt ist der nämlich da unten. Und dann muss ich ja nur so ein Dreieck mal hier schnappen. Wo ist es denn? Da unten. Wir haben ja mittlerweile zwei. Mache ich hier auf. Dann geht die da oben auf. Genau. Boink. Und dann bin ich durch. Und hier haben wir nämlich schon das Nächste. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Je mehr, desto besser. Dann kriegen wir nämlich alle auf. Obwohl, hier muss ich doch gar nicht durch. Ne, ne, nimm das mal mit. Und ja, wo will ich das hinbringen? Hier komme ich nicht durch. Das bringt mir nicht viel. Ich mag diese Weitsicht gerade gar nicht. Das irritiert mich irgendwie nur. Und wenn ich das Ganze einfach nochmal wieder drehe. Wo ist denn mein BeatBuddy? Ach da. Ich finde das hier schon mal gut. Da will ich bestimmt irgendwann hin. Aber wie kriege ich das hier auf? Das ist so die Frage. Da brauche ich doch bestimmt einfach nur zwei Dreiecke. Aber wo soll ich die denn reinsetzen? Offen ist es ja schon mal. Da oben muss ich aber, glaube ich, rein mal. Ich werde das jetzt mal drehen, dass ich da oben links reinkomme. Ich sehe meinen BeatBuddy hier nie. Da will ich rein. Da war ich noch nicht. Da eine Lücke. Genau. Jetzt habe ich eine Lücke. Ich gehe mal da durch. Okay, es dreht sich einfach nur wieder. Ich brauche meine Lücke. Die war schon ganz gut. Ich glaube nochmal, dann ist sie wieder da. Genau. Ja, ich schnappe mir ein Dreieck. Das hier, das muss hier gar nicht sein. So, das bringe ich da hin. Jetzt geht das hoffentlich da unten auf. Na? Wow, okay. Das war nicht gut. Was hat sich denn jetzt hier geöffnet? Hä? Was für eine Barriere hat sich jetzt geöffnet? Ich dachte, das öffnet sich da vorne. Hä? Das muss ich nochmal jetzt mal, wenn ich das hier rausnehme. Was geht dann zu? Ich dachte jetzt echt, hier unten muss ich der Block doch öffnen. Wie denn sonst? Hä? Oder es müssen zwei drin sein. Das kann auch sein. Dann nehme ich das hier weg. Aber da steckt doch schon einer drin. Ah, ich weiß. Der da, der da drinnen soll aktiviert werden. Ja, ja. Ach so. Ähm, dann muss ich wieder drehen. Das ist ja kein Problem. Hier unten, weil jetzt ist es auf beiden Seiten dann drin. So, und jetzt? Geht's jetzt? Ja! Endlich! Cool. So, jetzt brauche ich aber noch ein Dreieck. Oder? Ne, brauche ich gar nicht. Brauche ich gar nicht. Ich muss nur drehen. Drehen und, äh, Dreieck reinsetzen. Nehme das mal ruhig mit. So, aufmachen und durch. Na endlich! Ich bin frei! Okay! Diese Marshmallow, ja, ja, ich krieg's nicht hin. Ich bin zu blöd, ich sterb gleich wieder. Ich seh das schon kommen. Ja, ich seh jetzt, ich, ja, ich bin einfach zu langsam. Aber ich mach mit, mit schnell. Also, mit der Schnelltaste. Muss ich das jetzt hier nochmal machen? Und wieder das Dings nehmen und aufmachen und durch. Wenigstens haben sie es mir gewährt, äh, dass ich das nicht nochmal alles machen muss. Die verschwende ich doch jetzt nicht. Ich bin ja auch blöd, dass ich die verschwendet hab. Schnell durch. Geschafft. Gott sei Dank. Nein, nicht so'n Ding wieder. Oh Gott, nein. Hilfe! Oh Gott. Hilfe, Hilfe. Geh auf, geh auf, geh auf. Wow. Oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, endlich. Tada, du dachtest doch nicht, ich würde dich vergessen, oder? Mir geht's schon viel besser. Alles ist wieder gut in den normalen Farben. Es kleckert auch nichts mehr. Kleckern ist immer ein schlechtes Zeichen. Das war ja knapp. Ja. Jetzt fühl ich mich schon besser. Ach, hier kann ich gar nicht lang. Und die kommen mir alle hinterher. Die Viecher. Ja, ha, 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 ha. Ich mach euch alle platt, ihr Scheißviecher. Oh. So, wie komm ich hier weiter? Da werde ich doch zerquetscht. Da brauche ich, brauchst du eine Lücke. Werde ich hier zerquetscht? Nee, es geht sogar. Oh Gott. Hm, Mami. Na. Nein. Boah, ist ja echt eine Kunst, hier zu fliegen. Kannst du da durch? Hilfe. Oh Gott sei Dank. Wollt ihr mich veräppeln? Nein. Geh doch mal nach unten. Oh Gott. Und jetzt nach oben. Was für ein Level, ey. Ja, ist klar. Ja, ja, ist klar. Ich sterbe hier in der Ecke gleich. Schwimm ich irgendwie gerade wieder zurück oder so? Ich weiß es gerade nicht. Nehme ich einfach nur den blöden Weg wieder zurück? Nee, hier war ich noch nicht. Zumindest nicht in dieser Höhle. Ich glaube, ich schwimme zurück gerade. Ich muss zurück. Nein. Hier komme ich ja gar nicht weiter. Scheiße, ich habe mich voll verdingst hier. Nein. Schitte, Schitte, Schitte. Oh, jetzt sind die ganzen Punkte wieder weg. Wie blöd. Ich weiß nicht, wo ich lang will. Nein. Was, was, was? Ich komme hin. Ich kann nicht so schnell rückwärts schwimmen. Was ist das denn? Was ist das hier alles Fieses, ey? Das geht ja gar nicht. Halt. Stopp. Ah. Ah. Mann, den Weg bin ich doch jetzt auch schon geschwommen, oder nicht? Hier ist die Höhle mit den Punkten. Super. Super, ich komme hier nie wieder raus. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Boah, ich... Ja, ist klar. Gehst du auch noch hoch, oder... Nein, gehst du nicht. Okay. Ja, das ist auch toll hier. Das gefällt mir gut. Gar nicht gut. Ja, Mann. Ich merke mir... Arrrr. Ich merke mir doch nicht, wo die alle hier schwimmen. Kreuz und quer. Da war ich noch nicht. Da war ich noch nicht. Früher war ich anscheinend noch nicht. Aha, das muss ich auch noch freisetzen. Aha, das muss ich auch noch freisetzen. Wie mache ich das bitte? Es muss gedreht werden. Ich muss den irgendwie freischießen können. Kriege ich den nicht freigeschossen? Ja, also nach rechts. Nochmal drehen. Nochmal drehen. Ist das jetzt der Richtige? Ne, jetzt ist es wieder so. Ja, ich komme durcheinander. Nein. Das ist immer noch nicht richtig. Es muss unten sein. Sonst kann ich da nicht hinschießen. Unten, habe ich gesagt. Also. Bist du jetzt unten? Wo du hin sollst? Ja. Jetzt ist es richtig. Aber ich. Ja. Jetzt fängt das hier wieder an. Ja. Ja. Ist okay. Will das aufhaben. Oh Gott. Fuck it, ey. Ich glaube, den habe ich schon gemacht. Sonst wäre der nicht so schnell hier vorne. Den habe ich auch schon jetzt gemacht. Den habe ich noch nicht gemacht. Weg, 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 weg. Okay, dann ist das Rad da vorne. Ach, jetzt kann ich hier durch. Ach, jetzt kann ich hier durch. Cool. Endlich. Speicherpunkt. Geschafft. Ich nehme mir erst mal die Punkte. Ich nehme mir erst mal die Punkte. Ich hoffe, ich hoffe, ich bin richtig hier. Ich hoffe, ich bin richtig hier. Nein. Erst mal auf die Lücke warten. Und durch. Oh, oh. Irgendwas kommt hier. Irgendwas kommt hier. Ich weiß es genau. Oh Gott. Ein riesiges, riesiges Ding. Ist es weg? Gott sei Dank. Sorry. Habe ich nicht gut gemacht. Ich habe eine besondere Aufgabe für dich. Es ist eigentlich ganz witzig. Wie sich herausstellt, brauche ich für mein Ritual nur die Energie von einem Beef Buddy. Und Melody hier ist schon schön vorbereitet. Wenn du Harmony also wiedersehen willst, dann sei so gut und betätige alle Schalter dort oben. Das legt diese Kapsel auf und wir können endlich loslegen. Aha. Ach, ja Leute, das war ja wieder was hier. Das ist alles furchtbar unangenehm. Brüderchen, tu einfach, was er sagt und spiel auf Zeit. Wie? 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 Nimm mal diese Hektik hier. The Doppler Shift Maze. What? Ich weiß nicht, was das jetzt zu bedeuten hat. Aha, ach so. Ich kann jetzt hier... Ich muss den Weg freikämen. Ja, aber... Da tut sich ja da gar nichts. Dann ist das doch da vorne schon mal frei. Was soll ich denn jetzt machen? Das ist mein Weg sozusagen. Gucken wir mal, wie weit wir gekommen sind. Wieso kann ich jetzt hier nicht gegendongeln? Ach so, es ist nicht aktiviert. Also ich kann es auch erst andingsen, wenn es funktioniert hat. Oder was? Ich weiß gar nicht, da sind ja so gelbe Pfeile oben, durch welchen ich jetzt soll. Also das sehe ich jetzt hier auch nicht. Und ob diese kleinen Lücken gelten. Ich glaube aber eher nicht. So ist nicht frei. So ist auch nicht frei. So ist frei. Oder ob alle, durch alle gelben, ob es durch alle gelben gehen muss. So ist der ganz gelbe Linke oben frei. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das noch nicht. Also so kann ich nichts machen. Was sagst du? Gar nichts mehr. Er sagt gar nichts mehr. Opa hilft mir nicht mehr. Ach so. Irgendwie habe ich es gerade geschafft, dass er beide zugleich angedings hat. Wie habe ich das gemacht? Beide zugleich. Wie habe ich das gemacht? Ich mache das immer einfach, das passiert so durch Zufall, aber dann bewegen sich glaube ich die Richtigen. Oder ich täusche mich. Yeah. Wie ein bekloppter Irrer. Oder eher Irre in meinem Fall. Mano. Ich verstehe das hier nicht. Ich glaube das muss grün leuchten, damit ich es richtig mache. Ach. Ach, das ist mir zu doof. Ich mache das jetzt nochmal offline weiter. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von BeatBuddy. Bis dann.